Befinden wir uns hier in unserem Empfangsvorsuch. Liebe Radiofreunde, was wir jetzt gleich hören werden, das ist auf der 12,015 Megahertz, ist das Radio Nordkorean. Dort wird gesendet auf alle Fälle 21 Uhr und 21.30 Uhr in deutscher Sprache. Soweit ich weiß, wird mit 200 Kilowatt aus Pyongyang gesendet und ihr werdet dort noch einige Impressionen von diesem hervorragenden Programm hören. Soweit ich weiß, wird mit 200 Kilowatt aus Pyongyang gesendet und ihr werdet dort noch einige Impressionen von Pyongyang gesendet und ihr werdet dort noch einige Impressionen von Pyongyang. Soweit ich weiß, wird mit 200 Kilowatt aus Pyongyang gesendet und ihr werdet dort noch einige Impressionen von Pyongyang gesendet. Ich hab das in der Pflicht von Pyongyang gesendet und ihr werdet dort noch einige Impressionen von Pyongyang gesendet. Es wird oben genüht im Chor. Das Licht ist in der Chinesung. Ist dann verdienen reedet, was wird mit 21 Kilowatt,ini ? Saar? Ja. Noch akega, was ich? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020